Und damit seid gegrüßt. Willkommen zurück zu einem neuen Netztest. Wir spielen eine Demo bei Zoom. Was für ein Chases. Gibt es hier noch Titel? Wahrscheinlich nicht. Wir spielen What the Car. Dieses Spiel ist ein bisschen riert. Wir spielen hier ein Auto mit Beinen und müssen das Auto mit Beinen zu einem Ziel bringen. Nur so läuft das jetzt hier. Das wurde sehr gut gemacht. Und weiter gehts. Ach du Schande. Wir haben noch mehr Beine bekommen. Das ist zu fick. Ähm. Ich habe die Befürchtung, dass das noch wilder wird. Wenn wir aber das Spiel hier stehen. Und wir haben mehrere Beine, wenn wir jetzt anfeuern. Besonders schwer sind die... Jetzt nicht. Bisher noch nicht. Das ist auch noch die Demo. Das ist auch noch der Anfang. Man braucht schon Freunde, wenn er Raketen hat. Meine Rede. Ähm. Was? Ich werde mal kricken. Ah ja. Ach du Schöne. Hey schöne Beine. Gibt es noch mehr woher das kommt? Lange Beine. Zu lang. Spektibel. Total Bananen. In deinem Hut. So viel gemütlich hätten. Aber wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Ich hoffe du hast Spaß. Okay. Ah. Jetzt können wir mit Raketen zack rüpfen. Oh Gott. Das wird. Wir können nicht mehr laufen. Wir können nicht mehr laufen. Wir können bewegen uns mit der Leertaste und Raketen-Front. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es ist so geblockt und wahr zu sein. Naja. Das hast du mich gerade selbst nicht zu sagen aber... Ja. Mir gefällt es irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Also so gut haben wir es nicht gemacht diesmal. Da haben wir hier nur... Ehh. Verdammt. Das müssen wir nochmal überholen. Das müssen wir besser machen. Dann müssen wir noch bei einem Goldchen fliegen. Zumindest Silber oder nicht. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. muss doch der ansprach besser sein muss man schneller ans ziel kommen oder hat eine ganze ziel kommen das wäre doch gelacht dass nicht und ein fall hier noch ich kann mir auch noch einmal ins ziel fliegen Oh, das muss ich auch mal versuchen. Gut hier. Was gibt es jetzt? Wenigstens selber. Na, damit könnte ich leben. Oh je. Wir müssen uns weiter per Kett und Zapp mitbewegen. Jetzt kriegen wir nur noch weiter. Oh, wow. Knapp, da hätte es zum Gold geschafft. Komm, jetzt gehen wir hin. Das Klima auf Gold. Wer hat doch gelacht. Na komm. Nicht. Verdammt. Naja, egal. Dann gehen wir mit Silber. Ist auch gut. Oh mein Gott. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Der Humor wird irgendwann zu... 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 Äh... Da fehlen mir die Worte. Ähm... Zu flach. Flach war das Worte. Oh, da gibt es ein Special. Das müssen wir noch mal holen. Wir müssen die andere Route auch noch mal gehen. Und dann... Carry Poppins. Oh Gott. Ach, ich sag mal, wenn wir mit Kugutam sind normal. Carry Poppins. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Nein, jetzt sind wir auf der Falschen. Wir müssen auf das Ding holen hier. Oh nein. Es geht nicht, dass wir das bestätigt sehen und das Ding messen. Vielleicht. Ja, das machen wir so. Passt nur hier mal lang. Ach guck, hoch hier. Das muss doch auch noch gehen. Ah shit. Das akzeptiere ich nicht. Da kommt jetzt hier rein. Oh nein. Ich bin ja vorbei. Ich bin doch nicht. Ist doch nicht wahr. Jetzt kriegen wir jetzt noch hin. Ich bin ja bei dir. Geräusche ist mir geht es um auf meinem Fahrt zu hombreskuachen. Ichτze hier ist ein haltegender. Karte. Gold. Sehr schön. Ich habe die Karte gesammelt. Oh. Oh no. Was sollen wir jetzt mal zu uns ziehen? Die Karte haben wir nicht. Jetzt müssen wir noch mal machen. Oh no. Nach hinten. Dieses Wackelpferd auf dem... Spielplatz. Das wäre nicht gut. Aber wie muss doch möglich sein jetzt hier? Ich habe noch zugegeben. Tja. Weiß ich nicht. Einmal versuch's noch. Ich muss doch irgendwie anlösen können. Ah ja. Hier. Super. Warte bekommen. Das. Nicht viel Gold. Was ist die Zeit oder was? Egal. Und die Karte. Das zählt. Oha. Jetzt rollen wir. Oh nein. Der Ball. Der Ball. Der. 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 Die Karte. Der. Der Werbung. Karte. Oha, viele Fußwelle. Das Ding, weil ich nicht durcheinander bin. Und ab ins Tor. Und Tor! Das ist wunderbar. Ach du Scheiße. Was sind Scherz? Das ging mir jetzt nur durch ein Büro. Oh, mit Raketenantrieb. Oh Gott, ist das weird. Oh nein. Ich hab das gemacht. Wahrscheinlich sind wir nicht so viel Schaum an der Lichten. Oh, das ist eine Karte. Ich glaub ich in jedem, der hat eine Karte. Nein, nicht länger. Aber nur schützt dich. In dieser Bürostümer. Das ist auch irgendwie immer. Ich hab meinen Preis für so einen Bürostuhl geworfen. Ich hab mir googelt. Die kosten eigentlich so 400 und 500 Euro. Und solche sind voll unbequem. Das ist dann so ne... In seinem Büro so ne... In der alten Saison. Richtig... Unbequem. Der war irgendwie aus irgendwelchen Gründen... Zeit... Ja... Made for Abzucker von... ...Mannberuf... ...Mannberufsgebäuden... ...Mannberufsgebäuden. Also... Ich kann damit nicht mehr reden, oder? Ersatz für noch das Spiel hätte ich ja immer nix. Mit der Werner, es ist... Also für das Geld, was die da wirklich kosten, so... Die sind einfach so mit kleiner Läden und... ... der Künstler, um... ... äh, ich sitze gar nicht in den Stuhl kriegen. Wenn er so... ... also... ... ein klein wenig mehr ausgeben lassen in den Stuhl. Der beste Schreibtischstuhl ist sowieso immer noch der... ... der nicht gespandert. Natürlich nicht. Wer spandert mich denn schon? Ähm... ... wir funden... ... einfach falls es mir gefällt, wenn ich den Kunden sehe, die Etiketten... ... von... ... wir funden Ikea, der Markus... ... spinnest einfach. Das müssen wir nochmal machen. Der kostet, glaube ich, das mit 100... ... also... ... 115, 120... ... kostet der Markus irgendwas in den Dreh. ... aber dafür... ... benutze ich halt auch hier als Gaming-Stuhl. Das ist halt... ... es ist nix gegen einen Gaming-Stuhl, jedenfalls für einen Gaming-Stuhl... ... aber... ... für den Preis und... ... für den Schlagbau. ... 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 ach so wiederholt jetzt immer noch mal hier noch mal jetzt spielen wir ja die karte die karte karte die karte verdammt ich muss die karte holen nein noch einmal kein torwart es muss doch nicht ein torwart geben entfernen ist ja auch nicht möglich ach shit ja und wenn wir die karte ab werden verdammt das war es verkehrt die karten und rein rennen stopp oh shit nein 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 oh nein noch nicht drin ja jetzt ist aber wahrscheinlich aha das ist mal was zum auge spielspiel was machst du mit mir und rein rein ins tor rein 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 war verdammt spannende partie hier das war ja richtig spannend hier ja für gold hm das war ja jämmerlich gold 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 oh das ist erkältet unter dem Opfus und bleib zu hause und bleib zu hause wenn du aufhörst ja wirklich Leute geht nicht krank auf arbeit und da gibt es den gelb oder ob es scheinen inzwischen nicht mehr gelb und kein schein mehr und es ist online und es ist online online macht sowas nicht jetzt habe ich die karte nicht gesehen es muss irgendwo eine karte sein und ich habe mich auch noch ins wasser das ist ja das ist richtig schlechter Oh nein! Und dann vorbeigefahren. Oh, ich bin schlecht. Oh, shit. Richtig. Richtiger Bock, Mann, wer das. Oh nein! 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 Ich habe mir hier die Karte. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Pfft... Da steht aber ungünstig dann die Karte. Oh nein, ja wie soll man denn da ankommen? Nein, nein, verdammt, ja wie denn? Oh nein, 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 nein... Ja, wie denn? Ich glaube die Insel irgendwie hoch. Pff, Droh ein Weg. Ach, vergesst mal die Karte. Ihr müsst euch selbst drohen, wenn ihr das sehen wollt. Ihr müsst euch selbst mal spielen. Versuche ich jetzt mal ganz schnell ins Ziel zu kommen. Verdammt. Man muss dann schon irgendwie ein Fokus bleiben. Nicht nur Spam, sondern... Komm, schnell geht's wie gut auch gut aufstellen. Wir haben es doch schon mehrfach geschafft, sehr schnell hinzukommen. Das war knapp. Mein Schwieger hat es gekauft, was keiner. Aber... Was soll's? Für Gott hat's gerecht. Gut. Bestellung. Figurotten. 3. Bananen. 6. Achso, hier. Das machen wir sehr gut. 6. Achso. 6. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 6. So machen wir das. 6 Kurken, äh 6 Kurken, alles greift mal weg, Prostig, 1, 2, so sehr schön. Jetzt können wir noch ein bisschen wieder machen. 3 Teile und die Kurken, dann 6 Teile, 1, 2, 3. Ach, wenigste Zilber. Och nein, noch mal, ich hatte noch mal Gold. ist so wieder dazu bananen 3 stück ich habe es gar nicht mehr 6 stück 1,2,3,5,6 schrotze penetration ja selber wenigstens wenn du bieren machst ok und wie kommt es spät zur demo schnell zur bierenhöhle uhr g-band präsentiert what's the car jetzt haben wir so einen hier flank wir sind rum ist nichts zu sehen dann gehen wir noch fernverlang willst du mehr als wunschliste wunschliste unbedingt wunschliste was haben wir hier uhr wunschliste 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 so viel ist gar nicht das gefühl dass wir sind spiel noch nicht mal eine halbe stunde wunschliste wunschliste das sind natürlich sehr viele verrückter sie doch wie na Bog wo wunschliste wunschlichte dass wir Ich erinnere mich an, um alles zu früh zu schaffen. Oha, Hot Wheels. Das wird die richtige Rennstücke werden. Oh nein! Das ist die richtige Rennstücke. Luft auf. Extreme. Ich gehe rein, um die Verwärtserichtepumpe. Wir müssen vorsichtig fahren. Wir müssen bis zum Ende der Stücke beschaffen. Verdammt, ich bin weit gekommen. Einfach nur halten und steuern. Ich habe das Luft. Wie mögen sie das hier? Ein brennender Fässer. Oh nein! Über oben lang. Das ist eine Bande. Oha, ich gehe nicht weg. Ich wusste das Ziel, wie lange dauert das denn? Nein! Das ist kurz zum Ziel. Shit. Was kriegen wir noch? Komm. André ist klar. Was schaffst du? Gibt es diese Marke noch? Wer kennt die noch? Schreibt das in die Kommentare. Diese. 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 Das war wirklich richtig. Das ist meine Zeit. Da war das richtig auf. Verdammt. Ich habe es nicht so aufgelenkt. Was richtig gut ist. Diese Hot Wheels Autos. Das war aber irgendwie nur eine sehr kurze Zeit damit das. Ich habe es nie so wirklich. Ja. Es gibt nicht, dass das andere so gefeiert haben. So richtig selbst habe ich das. Ich weiß nicht. Habe ich das. Ein, zwei davon. Ein, zwei hatte ich mal irgendwie. Wurde mir irgendwo ja geschenkt, aber. Ich erinnere mich ja noch. Das war noch vorher dieses. Carriera oder so. Das Carriera waren. Das Wecken oder Carriera waren. So. Diese. Elektrische waren. Das hatte ich glaube ich. Das war jetzt ein ganz kleines Kind. Ja. Ich glaube übrigens gab es da auch. Und dann wirklich mit dem. So elektrischen Autos. Da hast du dann. Die strombetriebene Strecke. Und dann so mit dem Akku. Was dann der Steuern. Das war so jetzt. Ja. Für Sibba reicht es. Immerhin. Kleine Strecke. Und drei Levels haben wir hier noch. Na dann. Machen wir die mal. Carriera. Oh Gott. Ich glaube es nicht. Müssen wir ein bisschen mehr auftimen. Oh Gott. Ist das wohl eine Karte oder was? Oh nein. 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 Oh ja. Hier. Warte jetzt. Nein! Falsch gesteuert. Das ist für mich. Da ist die Karte, deswegen müssen wir da umrufen. Ah, verdammt. Das kommt jetzt natürlich nicht mehr. Nein, das machen wir nochmal. Das bringt ja recht zu. Oha! Oha! Oh, verdammt. das ist aber noch mal zurück hier und warum du geschockst fies am ende noch wird sie mal testen muss probieren das ist jetzt so ein Bundeslager zumindest ein Hei auf dem Ich werde alle fressen. Mist. Ungolien. Oh no, 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 no! Oh, verdammt! So hätt ich los. Ich schwimm nicht so weit raus. Ups. Du, jetzt kommt ein Decklöpfen. Ich werde nicht zufrieden. Oh, hier ist es, hier ist es. Hier ist eine Karte. Das muss man zufrieden. Ups. Ups. Mist. Es macht verdammt viel Spaß. Ich hoffe, beim Zuschauen auch. Weiß auch nicht, warum das Spaß macht. Es sollte keinen Spaß machen. Oh. 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 Ich habe schon wieder eure Spiele gespielt. Ich habe schon wieder eure Spiele gespielt. So wie für die Hüpfen wäre ein Delfin. Ein bisschen als ein Leib. Wir sollten uns eigentlich darauf konzentrieren, mal ins Ziel zu kommen. Ich habe nicht gerade zusammen. Das ist ja noch zusätzliche Sachen. Mal den Ziel, was ich mir da habe. Verdammt. Das macht auf jeden Fall mehr Spaß, als es sollte. Ein Fluss. Ich habe das, was ich habe. Die Maus verschwindet hier auf meinen zweiten Bildschirm. Das macht wahrscheinlich echt die Steuerung ein bisschen komplizierter. Und Wasserbomben? Das ist aber nicht gut. Jetzt ist kurz am Ende. Frustrierend. Ich will doch die Polis, die wir jetzt noch schaffen. Wenn wir alles mal gezeigt haben. Jetzt würde ich das jetzt testen. Da fühlst du jetzt ein bisschen in die Länge ziehen. Es muss doch hier alles gezeigt werden. Oh nooo. Ach, verdammt. Wieder eine Sendstelle. Ich hole ihn. Ich bin doof, die doof. Ich bin doof. Ich stelle da hinten bis auf. Sie haben den Feld da vorne. Kleinen Landunab. Ich ziehe Vorsicht, er zieht schon den Weg, äh, er zieht schon den Weg, und rein hier. Puh, wenigstens für Gold hat's gerecht, äh, für Silber. Gold hätte ich gerne. Jetzt haben wir Bronze Silber, Bronze Silber. Vielleicht schauen wir das letzte Silber, und das letzte Silber, und das letzte Silber. Den kann ich gar nicht mehr, das letzte Silber noch ein Gold. Es ist ein Harp. Ein Harp. Oh je. Diese Worte spielen auch. Oh nein. Oh nein. Jetzt war ich nur Karpegier. Oh nein. Oh nein. Wenn die jetzt abgeschaltet hat, hat's dann... ...kennst du nicht vor dem Weg. Oh, 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 oh. ...was nicht mehr getan hat. Oh, okay. Oh. 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 So jetzt schauen wir mal weiter, was gibt's hier noch. Da ist ne dangerous um, gehen wir rein. Ich bin ja nie schon, keine Gefahr. Was haben wir denn hier? Oof. Ach so. Hier bist du genau richtig, wenn du schwere Level machst. Schwere Level, naja. Tutenkopf-Level. So sollst es nicht hier sein. Wenn ich ein Auto wäre, würde ich mich von hierher halten. Lange Distanz. Oh no, oh no, oh no. Ja, schweres Level. Das ist schwer. Vielleicht später noch. Ist jetzt hier noch überschaubar. Müssen wir ein bisschen aufpassen. So ein Wicke will sterben. Lustig. Sehr gut. Jetzt nicht verklappen. Oh, ich sage es noch extra. Sagen und dann auch wirklich machen sind so zwei verschiedene Dinger. Das Spiel geht nicht mehr eine Stunde. Das Spiel geht nicht mehr. Das Spiel geht nicht mehr. Eine Kurve und hier einmal. Das ist doch nicht wieder an der selben Stelle. Ja. Ja, genug Neusten geben. Oh, ich verbessere mich. Post, muss zu. Dann kommen wir zum Turbo-Tempo weg hier, bevor er uns erreichen kann. Oh no, oh no, oh! Wild, 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 wild! Ich gehe links lang. Oh, das ist so wieder drin. Wenn ich Karten fliegen könnte. Schon auf der Strecke bleiben. Jetzt haben wir weggefliegt. Auf der Strecke bleiben, habe ich gesagt. Shit, und wieder von vorne. Das soll ja schwer sein. Ich schummel ein bisschen. Sehr schön. Schnell vorbei. No! Cheater! Der Bauch neben und vorbei hier. Ich werde mich fest erwischt. Ach, komm! Perspektive. Uff! So eine Knapp-Partie hier. Das bleibt spannend. Der hat mich fest weggewischt. Dann kommen. Dann kommen. Uff! Uff! Okay. Einen letzten Versuch mache ich noch. Ich muss mal irgendwie gucken. Das hier. Okay. Noch. Einen allerletzten Versuch. Das hier. Oh, pass. Stopp. Und Stein brechen. Deine Räder. Müsst du wirklich fortfahren. Müsst du nicht. Du kannst doch einfach umgehen. Einen. Einen. Einfüllen. Wie fass uns doch mal. Der Eingritte ist gelegt. Ich hoffe, ich halte noch ein bisschen den Zuschauen aus. Vielleicht ist das noch spannend genug. Man hat hier den Vorteil auf YouTube, dass man Sachen pausieren kann. Wie später noch weiter gucken kann. Und die Marmesvideos. Das ist ganz praktisch. Wenn man es nicht auf einmal schafft. Und wir später wieder kommen. Jetzt müssen wir zu Ende gucken. Das hätte ich deutlich früher sagen sollen. Ja. Das ist jetzt nicht das letzte Schaffen hier. Das ist da wirklich. Das ist jetzt hier der. Das ist der Wülle gepackt einmal. Aufgeben ist keine Option. Das muss ich einmal drun haben. Nicht schön auf der Strecke bleiben, wie wohl guttun. Wird, wird, wird! Ah, da ist das Ziel. Sehr schön. Nice. Hat es sich gelohnt, weiter zu machen. Ja, und für Silber sogar recht. Fantastisch. Ja, das war ein akzeptables Level. Hier bist du genau richtig, wenn du eine schwere Level magst. So, dann wieder zurück. Haben wir geschafft, das Level. Das war nicht alles auf Gold, aber... ...tun wir noch mal einen Bischlisten. Ganz wichtig. Oh, das ist Pure-Arcourt. Und noch ein letztes Versteckes Level. Chor-Arcourt muss ich mal eins kennen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das steht in Pure-Arcourt. Oh, das ist der Discord. Von den Discord im Welt. Interessant. Ich würde gerne mal eins kennen. Ein letztes Level. Na komm. Der ist noch dran. Ich weiß. Letztes. 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 So. Kurzspiel. Bitte was? Hmm. Öhm. Ähm. Öhm. Ähm. Ehm. Ich weiß nicht, ob er da unten ist. What? Oh, das dreht sich. Oh Gott, was soll das denn werden? Und da ist das Ziel. Heilige. Oh nein. Ich muss mal versuchen durchzufahren. Auf der Strecke halten. Tempo. Fast. Das ist kein System-Tempo. Und das ist eine Lenkung. Sorge, dass ich mich gar nicht von anderen strecken. Oh. Im Ernst. Das hier schaffe ich auch nicht. Ein, zwei Versuche machen wir noch. Das ist wild. Fast. Nein. Ich hoffe, das ist jetzt noch. Ach komm. Es ist ja. Obwohl es jetzt noch in Stunden ist. Jetzt habe ich gerechnet und ich habe es doch schon gesehen, als ich auf das Video geklickt habe, dass da eine Stimme steht. Jetzt habe ich den Balls drauf gefasst. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist ein wichtiges Extrem Level. Extrem. Nicht Fahrtwind verlieren. Fahrt auch schon mal. Das haben wir doch schon mal geschafft. Ach komm. Ein bisschen Anfeuern in den Kommentaren. Ich tue so, als ob ich das lesen kann. Als wären das... Oh, danke für Anfeuern. Ich spüre das Anfeuern. Ja. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Warum drehe ich da nicht den Kopf? Kann ich da irgendwas sehen? Wie der Kopf wäre. Oh. Haben wir fast geschafft. Ich habe fast das Gefühl, dass das... ... dass das... ... dass das Rätsel ist Lösung... ... sich nicht zu bewegen. Also einfach mitzufahren. ... und dann für mich das zu drücken. Ich versuch's mal. Da fällt zu. Okay, man muss ein bisschen stören. Ich muss jetzt ziemlich hart stören. Um hier auf der Strecke zu bleiben. Und wie soll das denn jetzt... Wie soll das gehen? Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Jetzt nach rechts stören. Und dann nach links stören. Oh gut. Das muss doch mal nachher. Ich will überhaupt mal dann... ... Streckenabstand kommen im nächsten. Das will die Sterne noch ein bisschen... ... zum Glück haben. Das wird jetzt natürlich das Heil jetzt. Das... ... das... ... wie wir das jetzt noch schaffen wollen. Ja, fast. Keine Ahnung, wie's da jetzt weiter geht's. Dann drehen wir noch ganz rund um die Map. Ja. Das soll wieder... ... zum Ziffon... ... und... ... schon die Spuren achten hier. Wir müssen gegen... ... ja... ... ja... Dann drüben geh's dann wieder. Oh Gott's nein. Das Level ist... ... das ist richtig schwere Level. Schreibt's mir mal in die Kommentare, ob ihr das geschafft habt. Wenn ihr das selber... selber gespielt habt. Dann will ich immer mit Beweis sehen. Screenshot vom Ende dieser Strecke. öhX Ich ... ... musste mir malta... ... um... ... queisi... ... und mir dir zu schicken. Ich muss auf Discord kommen. Ich kann auch mal auf den Server packen. Ich bin auf den Server, der wir haben hier. Er könnte auch hin. Er könnte das auch posten und es ist natürlich gekommen, seit man so schafft da war. Jetzt auf den nächsten zweiten Server. Ich habe schamlos eingeladen in meinem eigenen Video gemacht. Oha! Das ist aber fast zu vermeiden. Das ist einfach ungeschafft hier. Das Gegensteuern. Ja, das ist... Ich glaube, das sind natürlich alle viel besser gemacht. Ihr seid hier wahre Meister. Ich habe das alle hier. Ja, keine Ahnung. Ich sag schon mal... Ich sag danke fürs Zuschauen. Das Level ist mir dann wirklich... Das ist dann zu hoch. Ja. Unbedingt. Hier nochmal umbeschlüsselt. Ganz wichtig. Beschlüsselt aus Team. Das hilft ihnen dann sehr. Dann könnte sie sich unterstützen. Ich möchte das Spiel nicht kaufen. Dann könnte sie sich unterstützen. Dann könnte sie sich unterstützen. Dann könnte sie sich unterstützen. Dann könnte sie wenigstens zwei Beschlüsten. Dann wird das Spiel auch gleich gerankt. Das muss bleiben noch zu sagen. Rotogolf. Rotogolf ist ein anderes Spiel. Ich glaube, wir sind selber. Und Rotogolf heißt das. Rotogolf müssen wir auch noch mal spielen. Ich habe mir... Das war die ganze Zeit. Ich habe mir die ganze Zeit gemacht. Was... Wohl von vorher kennst du das. Rotogolf. Ja, ich glaube, dass die selbe... Was nochmal? Ich würde behaupten, dass wir das so eine selbe machen. Rotogolf. Ja, das gucke ich mir vielleicht auch noch mal an. Danke fürs Zuschauen. Ähm... Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.